BROGARD! The hottest people in politics! Uh, ich hab's auf das Cover von BROGARD geschafft. Okay, dann wollen wir unseren Charakter erstellen. Okay, wähle eine Körper. Gut, Geschlecht. Nee, wir wollen schön männlich bleiben. Ethnische Zugehörigkeit. Ja. Ach, Asiate, ne. Hellhäutig. Wir bauen mal ganz präzise mich jetzt nach. Ähm, Körperbau wählen. Ach, wir wollen aber nicht übertreiben. Da haben wir mich ungefähr. Ok, Häut! Ach, ey. So wie das war, stimmt auch schon ungefähr. Haut, Tohn. Till doch, stimmt, Alter! Jeeeeięohhh, 19. Hohoa! 6 Appeal! Ja, dann dürfen wir nicht sparen, ne! Also, es reicht zwar jetzt nicht ganz, diese Einstellung, aber, was will ich so tun? Gut. Gesicht. Merkwale. Hm. Ich bin eigentlich so auch ziemlich, ich hab ziemlich reine Haut, wenn wir ehrlich sind. Aber ich hab einen Lieberfleck. Nee, nicht da. Auch nicht da. Auch nicht da. Ah, habt ihr nicht meine Lieberfleck-Einstellung hier, den ich habe? Nee, ist das denn? Nee. Ja, ich hab ehrte Nasen. Okay, lassen wir das so. Wollen wir ehrlich bleiben. Scheitel. So. Äh, ist nicht ganz die Frisur. Ach, ist mir zu blöd. Stirn. Ach, Stirn, Augenbrauen, Augen, Augenfarbe, braune Augen. Schön dunkelbraune Augen. Nasen, Mund, Kinn, Gewiss, passt schon. Passt schon. Haare, genau. Kopf. Ähm. Oh. Oh, schön. Lange Wellen. Lustiger Bubikopf. Maero Fokuhela. Marilyn Locken. Sexy. Ähm. Wondolierwelle. Wondolierwelle. Pankra. Revolution. Römer. Bauerngeselle. St. Rose. St. Rose. St. Afro. St. Afro. Schmalzfrisur. Was nehmen wir denn? Schmelderlingsspannen. Das kenne ich auch schon aus St. Rose III. Ähm. Skater Haarschnitt. Skater Haarschnitt. Standard Schnitt. Texturierter Afrolo. Möch. Naja. Wall Street. Wondolierwelle. Ich meine, wir sind der Präsident, oder? Ich bin ein großer Fan von Salvador Dali, dann nehmen wir doch mal, was sind hier Brauntöne? Soll das hier oben braun sein? Okay, machen wir mal so einen schönen Salvador Dali Bart, wunderschön. Da, der Klasse, oder? Make-up, ach Quatsch. Stimme. Ach, männlich 1. Traumhöhe. Ja, für so einen Schwachsinn kann man das später machen. Kompriment. Oh ja, das ist doch mein C, oder? Auf C liegt das. Nein, was würde ein Obama machen? Ja. Ja. Oh, der Kranich, auf jeden Fall. Alles klar, Charaktergalerie? Nein? Ja, ich würde sagen, das sind wir. Los geht's. Ich bin ein Problem. Es ist ein Problem. Es ist ein Problem. Es ist ein Problem. Du alieniert die Teil der Amerika. Ich alieniert die crazy Leute. Du können nicht resist, können Sie? Jesus, nicht Sie, das sind. Das ist ein Problem. Ich versuche das zu erklären, aber der Präsident nicht hören. Poverty ist ein Problem. Apartheid ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ja, so würde ich genau so auch leben, wenn ich Präsident wäre. Ich bin lieber schuldig. Das sind doch noch... ...eine guten News aus da links. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Kann ich sagen? Kann ich mit dir reden? Nein. Kann ich mit Waffen? Wir haben jetzt genug Klaut für eine große Bedeutung, nicht beide. Was willst du, mich anwenden? Willst du den Präsidenten, der den Kanzler curte? Oder den Präsidenten, der die Weltkrankung löst? Fuck, Kanzler! Lass sie ihn essen, Kacke! Ach! 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 Das Kanzler ist ein Lieb. Cancer! Ah, das Kanzler ist ein LIE! Ah, das Kanzler hat einen guten Rund, aber es ist Zeit, es zu fliehen. Eine gute Wahl. Gute Wahl! Ich weiß, ich bin der Präsident. Ich bin der Präsident! Ach, ich bin der Präsidiert! Ach, ich bin der Präsidiert! Ah, mehr Wissen! Kann ich schneller gehen? Ja, ich bin der Präsident! Du bist hier für eine verrückte Erwachsenung, hörst du mich? Jetzt erzähle ich dir etwas über das größte Wort in der Politik. Filibuster! Guilty! Cool. Rechts klingt irgendwie nach auf die Fresse. Wir sind ja ein seriöser Präsident. Flimmer als Chili. Sehr seriös, ja. Besser als die Kopfnutz. Doris? Doris? Oh, Oleg! Hallo! Ja, Bro5! Bro! Ja! Oh, das Oleg. Ich bin dein Nummer 1 Fehler! Oh, ich liebe Oleg. Nice work, Oleg. Mal nachtreten? Ja, ich bin drüber gehen. Right trip, haha! Ah! Das sind die Aliens schon, oder? Na ja. Na ja. Können auch Kanaias, oder? Hallo, Menschen. Hallo, Kanadians. Meine Damen und Herren, das ist nicht ein Zeitpunkt für Angst, sondern ein Zeitpunkt für Freude. Jetzt ist er aber nicht groß. Ich bin Zyniak. Es ist ein Freude, dich kennenzulernen. Würdest du mich für einen Rennen zu besuchen? Okay, ich muss sie jetzt töten, oder mit ihnen Liebe machen, oder? Was soll ich machen, keine Ahnung. Ich bin immer wieder. Ich bin der Bist, ich bin der Bist. Okay. Ja, ich bin mein Rennen. Okay. Das ist alles Zeit. Das ist alles Zeit. Ich bin der Bist. Oh, ich bin der Bist. Das sieht doch besser aus, oder? Gib mir die Shotgun... Oh... Was für wen... Hahaha... Fuck Gun Control... Ähm... Mehr Waffen? Oh ja... Und die Shotgun... Ja, ich glaube wir nehmen die Aliens... Nehmen wir die Shotgun... Okay... Nein, KEITH! Goddammit, KEITH! Hier, der Sparta wirklich... Schöne Dekoration hier... Schöne Dekoration hier... Mach dir was! Ah, get your shit together Tyrone! Bäm, bäm, bäm. Ah, schon ganz schön. Vernaden oder sowas? Nein. So. Wir halten hier viel zu viel aus. Ich habe die ganze Zeit. Bis jetzt ist es eigentlich nicht so schwer. Oh ja. So, ich habe meinen Shotgun wieder. Ja, ja. Nein, nicht Mad! Wir wollten doch Kip David chillen und Nine fight gucken. Ah, dammit. Ah, so wenig Schuss hat das Ding. Zack. 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 Oh, wie ist der Leben noch? Wäre ich nicht schießen? Zwei. Viel zu hell. Oh Gott, Tageslicht. Ich wohne noch im Keller. Was haben sie nur mit der White Crib gemacht? Oh, shit. Wie viele von euch sind da? Burt zu Ernie, Burt zu Ernie. Aktiviert die Süd-Portico-Defenzen. Ernie und Burt. Haha. Oh, ich liebe dieses Spiel. Oh, dass sie wirklich schön aus. F ist 50-50 to Rail, bitch. Oh, viele Amerikanische geht's nicht, oder? Oh, das ist nicht meine Flagge. Oh, das sind keine Linken, also keine Fanggestreiten. Okay. Das ist kaputt. Nein, das Kabinett, nein. Merka! This one is for McDonalds. And this one is just because I want to. So, ein paar viele, oder? So, ein paar sehr viele. Aber wenn man reihen sie so schön auf, das ist ja entweder nicht. Aber es sind nur ein paar sehr viele. Aber immerhin verhitzt du es nicht, oder sonst eigentlich was. So, ein paar viele. Wir müssen immerhin schön viel zwei hin. Aber ich ziehe da voll daneben, oder? Wo geht? Man, die Pfanns gegen der Tür wäre wunderbar. Yeah! I'm awesome! Wir kennen jetzt. Nein! Das Washington Monument. Schießt der Schlachtschipp. Oh ja, was sowas von. Ah, noch ich schon. So, ist weg. Oh ja, oh ja. Hell ja, bitch! Oh, nicht irgendwie... Oh, nicht... Oh! Oh, ist das ein? Oh, das ist noch an die Maschine zu Hause. Oh! Why do you humans, oikein Leaping so much? Aw. Nein, das habe ich nicht. Der hat doch schon Stacheln aus deinem Körper rauswachsen, warum hau ich ihn aber wieder drauf? Das ist aber weh. Not so fast. Ist das noch ein Brito oder was? Das kann man aufstehen. Schau auf. Ich weiß, alle Knöpfe drücken um thermonuclearen Krieg zu starten. Das wäre jetzt hilfreich, glaube ich. Boah, was? Nein, eigentlich nicht. Ja, eine Leerttaste. Ja. Scheiße. Das war kein Erfolg, oder? Nein, das war aber kein Erfolg, oder? Das war's, mehr, nix mehr, sch-